so wenn im wetter mitspielt mache ich auch weiter videos das ist auch alles trocken mal gucken wo meine süßen sind ok da muss ich wieder was hin machen so mein junger gucken wie da hinten ausschaut ok ruhig nur draußen machen und hänge mich hier draußen wie gesagt hier ist alles von der tauch abhängig ok ok Sollte Okay. Ja, ja, ja. Warte mal. Nur damit sich die Beine nicht knacken. Ja, ja. 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 Okay. 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 So. Die fressen in Ruhe. Dach. Auch wieder sauber. Schöne Liegefläche, alle weiter drücken. Also bis heute Abend werden sie wohl nicht verhungern. So. Und wie gesagt, das hat hier seinen Sinn. Als begreifen viele nicht. So. Bis 15 Uhr bis zum Reichen.